UNTERTITELUNG 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 Ein Lebenszeichen. Woher stammt das? Ur-Sigstan. Da. Sie fahren nach Osten. Vermutlich nach Almazra. Sind Sie im Untergrund, verlieren wir Sie. Wir führen das Team an. Das werden Sie nicht tun, John. Wiederholen, General? Das ist ein Tauziehen, Jungs. Wir müssen zurück, nicht nach vorn. Seit wann? Wir schicken nicht gleich die Kavallerie. Diese Dinge brauchen Planung und Vorbereitung. Diese Dinge brauchen Gewalt und Timing. Ich kann beides. Kates Leben rennt euch eine Sanduhr. Ich weiß, Sie sind sauer, Captain. Es war auf Ihrer Mission. Und das ist schwer zu akzeptieren. Sollen wir Sie etwa aufgeben? Ich sage nur, ich kann Ihnen nicht helfen. Aber ich halte Sie auch nicht auf. In zwölf Stunden ist sie zurück. Sterben Sie nicht, John. Lasville würde das nicht wollen. Und ich auch nicht. General, ich dachte, Kate wäre eine Freundin. Krieg kennt keine Freunde. Erkennt nur als Feinde. Viel Glück. Wir kämpfen gegen Al-Katala in Ihrem Revier. Da werden Hunderte sein als Wachen für Lasville. Es fehlt eine Armee. Die kann ich besorgen. Nick! Berriere! 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 Kommanderin! Al-Katala ist hier! Okay. Ich sehe Sie. Du fährst zum Sammelpunkt. Wir sehen uns da. Ja, Ma'am. Kapitän. Die Zeit... ...ist reif. Roger. Landung in eins. Weg! Konvoi ist unterwegs. Das geht los. Alles klar. Sieht über der Landezone. Gut. Bring ihn runter und warte. Yes. Du bleibst im Heli zur Überwachung. Wir arbeiten uns vor. Roger. Ich schaffe euch Platz. Holen wir Lasville. Hey, alter Mann! Farah! Danke für die Hilfe. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Und einen Freund in Not. Bereit? Alles bereit. Wir sehen uns auf der Straße. Alle Stationen. Wir sind unterwegs. Bestätigt. Aufschalten! Legen! Ja, mit. Grünes Licht! Oh, geil. Wir machen es vor. Check. Der Alcatala-Konvoi hat uns passiert. Wir hängen uns an ihre Fersen. Bestätigt. Check. Röste die Schlucht als Deckung. Wir haben nur eine Chance, Lasville zu retten. Roger. In welchem Fahrzeug ist sie? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Alle Einheiten! Feuer frei! Wissen Sie Bescheid! Oh, okay. Wie geil. Hubschrauber sind wir halt am mega gutes Ziel. Sie aufgetauscht! Wissen Sie bitte. Das ist echt Party-Time. Geil, 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 girl. Ich habe sie ausgeschaltet! der nächste. Nice. Lauft. Was, das war... Was? Aber... Hä? Fast leer. Ah, okay, ja, passt mit dem Kieker drauf. Nice. Was zum Teufel? Bis zu Hause, nicht so geil. Die Pisser sind geparzerd. Nichts geschockt! Wir sind getraffelt! Scheiße! Au! Scheiße! Rick, start es bericht! What the fuck? Er ist gestillt. Bitte was? Ihr startet! Er ist weg! Ich bin nicht tot, Dick! Ich häng an einem verdammten Seil! Ich hin zu Hause, Gott. Au, du steht was sind denn? Der ist toll, der anzieht. Scheiße! Scheiße! Wir sind ziemlich beschäftigt, Käpt'n! Das ist einfach voll auf die Idee. So, geil. Hammer. Er ist überrascht ruhig. Ja, okay. Alles klar. Frei! Wir müssen uns beilen. So. Fahrrad. Was zur Hölle soll ich hier machen? Ähm. Wie such hältst du uns? Ja. Oh, okay. Ich habe ein Fahrzeug. Der Akkukonvoi ist noch in Sicht. Verstunden, Gerd. Töne weiter die Herde aus und drängst du Lasswer vor. Ich schicke mehr Soldatenfahrzeuge. Verstanden. Was ist deine Position? Wir holen auf. Sechs Ende. Ich gehe nicht mehr zu hinauslehnen, du bist. Nee, ich rege mich gar nicht. Okay. 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 Der hat nun mal die Licht. Überlegen, ich wäre froh, wenn der auch mal was macht. Ähm. Ja, genau. Okay. Super. Na klar. Ich erwischt ihn nicht. Jetzt. Ah, Gott sei Dank steuern die ein bisschen mit. Und er spielt einen schönen Land. Das hat den Fahrer soll sassen. Ja. Ich sehe sie. Verdammt. Fahrers Freunde wurden gerade getroffen. Wir sind zum Kämpfen hier, Sergeant. Konzentriere dich auf den Feind und finde Lasswellen. Ja, ich probiere es. Aber fahren und zeitgleich schießen ist gar nicht ganz einfach. Okay. Schneller nach vorne. Nick, was siehst du? Na, toll. Scheiße. Arschloch. Ich muss näher ran. Das denke ich schon nicht. Fuck. Wir reden nicht. Wir. Nein. Oh, nee. Bitte jetzt nicht komplett von Anfang. Bitte nicht. Zurück in den Kampf, Sergeant. Ja, toll. Ja, der Konvoi hängt uns ab. Wir müssen uns beheilen. Okay. Oh, Mann. Das kannst du nicht mal machen. Allein, ey. Ich habe ein Fahrzeug. Ja. Der Akku-Konvoi ist doch in Sicht. Verstanden, Gap. Töne weiter die Hände aus und trinkst du Lasswell vor. Ich schiebe ihn, wäre Soldaten, Sergeant. Verstanden. Was ist deine Position? Wir holen auf. Sechs Engel. Oh, fuck. Deshalb bin ich jetzt von dir. Oh, Mann. Nicht anderes Fahrzeug haben. Oh, Mann. Ich bin jetzt von dir. Oh, Mann. Ich bin jetzt von dir. Ich bin jetzt von dir. Okay, weiter. Wow. Oh. Du näherst dich einem Grün entlasten. Das ist Fahrrad, Soldat. Ja. Ich sehe sie. Nein! Ich probier's, ich probier's. Geil, wie er da da hängt. Ciao. Nick, was siehst du? Helen, geh vor uns. Komm, jetzt! Fuck, 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 fuck. Geh dich an dem anderen Fahrzeug und schnitt am Rauch. Kann ich das? Kann ich das so machen? Was? Nein. Oh! Aber das wollte ich ja machen! Was siehst du? Helen, geh vor uns! Jetzt? Kann ich das jetzt hier so machen? Okay, mein Fahrzeug. Gut. Okay, die Tests, ich bin jetzt sogar. Komm, mach weiter. Ich warne nicht. Nice. Ob die Armee noch nicht auf dem Plan ist, wenn wir hier da alles wegschießen. Verfolge den Konvoi nach Norden. Ne, wir fallen jetzt jetzt in dem Kreis. Gerd, Nick, meine Speer melden eine Akustraßensperre vorauf. Bestätigt, ich sehe sie. Du wirst sie rammen müssen. Durchbrechen, töten so viele wie möglich. Machen wir ihnen Angst. Bin ich los. Nick, ich bin durch. Verstandsdaten. Achtung auf der Straße, vor dir ist was los. Was denn? Noch mehr als wie jetzt schon? Oh, da brennt was. Ah, ja. Was der Helle ist das? Akku setzt Minen auf der Straße ein. Minen? Das sind Zivilisten, Nick. Dafür wird Akku brennen. Ich bringe Streichhölter mit. Minen vor los, Sergeant. Sehe ich die? Oh, scheiße. Ja, tatsächlich. Äh. Okay. Wo kommen diese Minen her? Ich habe einen Truck vor dir. Vor dir! Oh Gott! Nein. Nein, 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 nein. Fahr, fahr, fahr. Fahr, 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 fahr. Ahhhh. Das stresst mich. Ja, dann würde ich alles in meine Richtung. Typisch. Hopp. Deshalb wäre mal die ... Ach, na klar, oder? sisters in die Mol embl Es sind Zivilisten, Nick. Dafür wird Perku brennen. Und wach rein. Oh mein, können meine Kollegen nicht mal ein bisschen mithelfen? Das ist eine One-Man-Show hier. Ja genau, ich bin hier und fahr zu mir rein. Komm, fahr, geh, geh weg. Ja, jetzt fahrt's doch nicht immer in mich rein. Oh, mein Gott. Oh, da war die Akku. Gott! Akku trifft Zivilisten. Wir müssen die Stadt ausschalten. Du nährst dich dem Latte mit den Mienen. Bestellte! Ja. Unproblem ist gelöst. Gott sei Dank. Was kommt als nächstes? Kann ich zu dir wechseln? Ah, ich kann nicht wechseln. Zum Scheiß. Oh, ich kann das jetzt bitte mal aufhören. Alle Einheiten, was ist euer Status? Ja, jetzt kommt's. Cutten! Schön, dich allwiederzusehen. Nimm den Granatwerfer! Wo? Äh... Den hier? Nee. Sergeant, der Granatwerfer gehört dir. Nimm ihn! Wo denn? Ach, der! Okay... Schweres Kaliber, Käpt'n. Was jetzt? Wir kommen less well näher. Also ändern Sie Ihre Taktik. Inwiefern? Wir haben Sie gejagt. Jetzt jagen Sie uns. Sollen Sie nur. Sollen Sie's versuchen. Da hinten. Das ist Farah. Wir sind komplett. Bringen wir's zu Ende. Käpt'n, ein Kastaller kommt uns dagegen. Sie versuchen uns einzukesseln. Das werden wir verhindern. Komm! Farah! Aufpassen! Holy Shit! Einfach mal mitten durch. Okay. Yes! Greif sie mit dem Werfer an! Verstanden! Den Rand! Direkter Treffer! Nice! Guter Schuss! Das gefällt mir. Gut gezielt, Gas! Nice! Mehr? LFG. Rechtsseite! Gern Sie los! Jetzt die Moral mit Freie! Nice! Hab ihn erwischt! Gut gemacht! Ah, wir sind ein bisschen entspannt hier. Und der LKW. Und der LKW. Ja, komm mit! Farah! Farah! Halb dran! Wir sind frei heute! Gitten ist frei! Nick, siehst du das Fahrzeug? Ich brauche Munition. Überlass das uns! Verliere sie nicht, Nick! Sechs Rände! Ich krieg paar Munition mehr. Wir kommen näher! Verläm ich an sich. Verteilen! Gers, schnapp dir ein Fahrzeug! Wir greifen sie von allen Seiten an! Äh... Wie genau? Ich würde sagen, ich nehme den LKW mal wieder. Übernimm ein anderes Fahrzeug, Gers! Wir müssen uns verteilen! Einfach Wasser enthalten, ja? Okay. Okay. Bleibt sie da? Oh, holy shit! Komm, gib Gas! Mann! Oh, holy shit! Mit einer Aketenwerfer! Ist klar, ne? Wie ist das? Oh, der Pop war der nächste! Ah, scheiße! Was macht der LKW? Nein! Ich habe es einmal Zeit, den LKW zu wechseln! Nein! Was machst du? Scheiße! LKW! Okay! LKW wechseln! Was? Nein! Nein! Ich will doch nur wechseln! Komm! Papa! Danke! Okay! Okay! Kuckuck und Wachner, der zieht sich jetzt nur an… Was? Nein? Ich wollte nicht aussteigen. Spiel. Ah ja, wenigstens hier. Das ging jetzt besser, als er wartet. Ciao. Alter, du brauchst ihn, du. So, die werden auch erledigt. Boah, ich hätte noch gerne fette Prämien auf das Abzug hier. Alle Einheiten, Akku setzt vor uns Bombendrohnen ein. Verstanden, Nick. Wie ist Akku an Bombendrohnen gekommen? Major Hassan. Ich sehe sie direkt vor uns. Schönen Sie schnell aus, sind wir geliefert. Geil. Jetzt nicht mehr. Der Dronenpilot erwischt. Was kommt jetzt dann noch? Hubschrauber oder sowas? Ach du, freundlicher MTB vor uns. Wir haben nicht genug Feuerkraft für einen MTB. Geh nah ran. Wenn du bereit bist, lenke ich das Feuer auf mich, damit du rüber kannst. Ja. Super. Wo ist der? Der da vorne. Puh. Ich glaube, ich werde die Folgen ein bisschen anders machen. Ich glaube, ich werde die Hände schneiden und einfach durchspielen. Ich glaube, ich werde aber 48 Minuten. Gebt das einfach an. What the fuck? Oh, holy shit. Alter. Alter, das mit dem nicht treffen. Das ist mit dem LKW halt leider nicht so einfach. Äh, man. Ach du, freundlicher MTB vor uns. Wir haben nicht genug Feuerkraft für einen MTB. Geh nah ran. Wenn du bereit bist, lenke ich das Feuer auf mich, damit du rüber kannst. Verstanden. So, einmal kapern. Ein bisschen bändiger. Tschüss. Ich glaube, schneller. Oh nein, 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 nein. Der Mist. Weiter, Gers, lass dich nicht treffen. Fuck. Ich bin in Position. Nein, nein, nein. Das war so knapp. Nein. Ah, 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 ah. Ah, so arschig. Wir haben nicht genug Feuerkraft für einen MTB. Geh nah ran. Wenn du bereit bist, lenke ich das Feuer auf mich, damit du rüber kannst. Verstanden? Wo ist das Auto? Na, toll. Das hat jetzt gar nicht funktioniert. Oh, holy shit. Okay, das haben wir eigentlich genug Platz verstanden. Und wir werden das andere Auto nochmal als Deckung nutzen. Ey, das ist so die beschissene Mechanik. Ganz ehrlich. Hat mir jetzt sogar schockt. toll. Ja, ne Panettetriegsmission. Jetzt müssen wir an seine Seite. Der Mist. Fuck. Alter, Gens, lass dich nicht treffen. Ich bin in Position. Okay, mach dich bereit. Jetzt, Charger. Steig auf den MTB. Lass die reine Ladung und verschwinde von da, Sarger. Ah, wohin springen? Die Ladungen platziert. Klick, spring rüber. Nice. Puh. Wollen Sie jetzt bitte aufhören. Okay, Nikolai, doch schießen Sie mit dem Heli. Kolfen, Mann. Aufpassen. Lasswell und Nikolaus sind vor uns. Verstanden. Bleibst du dieg mir, ey. Ah, wenigstens schlimmer jetzt endlich mal. Nice. Man. Oh, dear. Oh, dear. Hey, ich kann die Granaten. Oh, jetzt haben wir die Musik. Wow, fuck, 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 fuck. Guys, ich sehe die Hattardis. Ja, ich schaue. Da, dann eben hier. Nice. Sicher. Kate, es ist vorbei. Es ist vorbei. Ein Familientreffen. Sieht so aus. Fahrer. Nette Moos, Laswell. Gleichfalls. Ihr alle. Wir sind in Al-Masa. Hier ist es nicht sicher. Abmarsch. Der Kapitän hat redet. Ich schaue auf den Hadoum. Und nicht verkehren auf den Al-Masa. Was für eine Mission. Oh mein Gott. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr kein Upload mehr. Bis denn dann. Euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau.